Forderung, Hits. ESL. Dass man auch gleich auf so einen Freaks treffen muss. Weißt du, vorhin sagen wir doch, ach ja, das ist das ideale Spiel, so für Anfänger, ne? Nicht so viele Pros wie bei Source. Ja, ja. Für den Arsch. Absolut für den Arsch. Halt noch durch, ich bin gleich drin. Wenn jetzt der verdammte Ladebalken endlich mal... Ach. Okay, jetzt hat mich der Ladebalken-Guide getrollt. Hab ihn. Echt, du hast ihn? Ha. So viel zu deiner ESL, Bitch. Okay, und du bist da. Apfeltasche? What the fuck? Ja, das ist der ESL-Typ. Ja, aber Apfeltasche? What the fuck? Wer nennt sich denn so? Keine Ahnung. Irgendeine Idee, wie man vorgeht? Drauf. Immer nur drauf. Okay. Und zusammenbleiben. Ja, wie gesagt, ich spiele die Karte jetzt zum ersten Mal, also wird es interessant. Oh, ich... Der Typ hat Langeweile, oder? Ja. Der geht meistens... Meistens geht er zu Bombspot B und Planter da. Hm. Und jetzt gucken wir mal hinterher. Ja. Cool, wie geht das denn? Auf E drücken wir auf das Fallen. Aber der Bildschirm war ein reiner Grafikfehler, ne? Ja, ja. Das war ein Bot. Nein. Wir lassen uns von einem Bot ins Boxhorn jagen. Ins Bothorn. Haha. Haha. Was? Oh God. Wir haben sowas von keine Chance. Geplanted hat er noch nicht. Oh, Vorsicht! Tunnel! Tunnel! Kacke! Ja! Hahaha! Du Wichser! Du Wichser! Ich glaube, zu zweit kriegen wir den kleinen. Ja! Los geht's! Okay. Nein, nein. Wir bleiben... gleich zu B. Hier lang, hier lang, hier lang. Jo. Geht der denn immer den gleichen Weg? Ne, aber der kommt immer wieder zu B zurück. Hm. Wir bleiben bei B. Okay, ich sichere die Tunnel. Hm. Versteck mich mal hinter den Kisten und du sagst, wenn er kommt. Na, ich kann nur auf die Tunnels gucken, vielleicht. Wenn er auf der anderen Seite kommt, weiß ich's nicht. Hm. Wenn wir falsch sind, dann haben wir spätestens eine Bombefest geplanted. Oh, fuck! Tja, und da sieht man wieder, liebe Zuschauer, campen bringt nix. Haha. Hahaha. Aber wieso wollen wir das nur so klar, dass mir das immer wieder passiert? Tja. Oh, scheiß, wir sind so down. Links! Jawoll! Noch einer! Kacke! Das ist aber auch ein Arschloch. Der wartet genau darauf, dass wir auf den Bot reinfallen. Ja. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, der schiebt das. Aber... Nee, nee, nee. Da hat zumindest behauptet, in der ESL zu sein. Wieso hat er das gesagt, oder wie? Nee, aber er hat's in seinem Profilbild. Achso. Na gut, das kann er auch... Wow. Ich mein, gut, er spielt gut. Das kann schon gut sein. Ja. Hm. Würde ich sagen, zu B. Aber Achtung, bevor du gleich rausgehst, der hört der andere sehr schön. Mh, verdammt. Kacke! Das Ding kann man nicht erwarten, hinten. Nee. Nicht ohne Sniper. Achtung, er wirft eine Granate. Er geht hinten rund, durch die Double Doors. Ah, okay. Na, der Bot. Verdammt. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Komm. Hier dann. Moment, warum hab ich die Waffe nicht bekommen? Oh. Na super. Kennst du das? Nee. AWP kann man nicht kaufen. Ach, die liegt hier nur irgendwo rum. Achso, na, weil hier steht AWP ist bestricted. Hab ihn. Nice one, nice one. Ich muss nur noch den Bot kriegen. Da kommt er. Sehr schön. Jo. Endlich. Und ich glaub, wir haben ihn im Gleichstand, ne? Jawoll. Sehr schön. Achtung, ich weiss mir eine Granate. Gut. Ich würde fast... Fast wetten, der kommt wieder zu A. Hm. Ja. Sicher? Nee, aber ich mein, er hat sich jetzt so lange nicht blicken lassen. Wow. Wow, 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 wow. Ich kenn's nur schon neben zwei. Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh. Ach, deshalb war er jetzt nur allein unterwegs. Ah. Oh, jetzt wird's... Oh Gott. Hör mal, wir sind zwei Noobs. Was sollen wir denn gegen solche Leute machen? Ich hab keine Ahnung. Wir versuchen noch zwei Runden. Ja, ich mein, das macht ja Spaß. Das ist es ja nicht. Ja, aber... Ja, wenn man sich einfach nur mal selbst bekriegen. Ja. Weißt du, wir suchen jetzt immer Server mit Null aus. Wow. Wow, fuck. Und die suchen sich bestimmt Server aus, wo nur zwei Spieler drauf sind. Und du meinst, um die mal so ein bisschen zu bashen? Nee, aber um Gegner zu hören. Ja. Sag, wo ist denn der? Kannst jetzt vielleicht sehen? Äh. Gerade beim Bombspot B weg. Der kommt zu dir auch? Nee, er geht wieder von dir weg. Hoch die Treppe. Er geht Bombspot A, Bombspot A. Achso. Nein, jetzt geht er zu welcher Seite? Wo ist er denn? Wo ist er? Warte, warte. Durchgang. Er geht zu Bombspot A. Definitiv Bombspot A. Ja, aber du musst mir sagen, wo er ist. Aus welcher Ecke kommt er zu A? Und der Film könnte. Na, von Double Doors, Seitentüren, oben Treppe. Von oben. Er ist schon da, er ist schon da. Er ist schon da, er ist schon da, er ist da, er ist da, er ist da! Ah, das... War die falsche Richtung. Und er hat ein sehr hässliches Profilbild. Und wir kämpfen gerade gegen drei Leute. Und er hat es geteepackt. Verdammt. Ach, ich kann mir auch keine SCAR kaufen, fickt euch doch. Oh, wir sind ein Nicht-Sniper-Server. Ja, tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen frustriert. Und er hat mich. Ah, die kommt zu dritt da durch. Shit. Okay, jetzt haben sie sich aufgeteilt. Und da ist wieder meine Maus losgegangen. Dankeschön. Okay. Und das war schon wieder meine Maus. Ach Gott. Also, die wissen auf jeden Fall, dass du da bist. Tja, aber nicht auf B. Wenn du rausgehst, da ist ein Sniper. Gerade zu. Alter. Die haben zwei Scharfschützen. Fangen wir es mal so. Sie wissen, wie sie ihre Einlage verteidigen. Naja. Nicht wegen uns. Und sowas macht dann keinen Spaß mehr. Ich weiß, wo ihr seid, Leute. Da, gerade zu. Jawohl, du hast noch erwischt. Sehr gut. Ich glaube, wir sollten diesen Zauber verlassen. Bist du sicher? Wieso? Die eine Runde noch dann. Wir müssen das Spiel auch unter Extrembedingungen mal testen. Stimmt, ich habe übrigens eine AWP. Oh. Du hast die gefunden. Die halten ich auch. Was? Aber Appeltasche hat nicht getötet, deswegen ist das jetzt zu reif in den Arsch. Kommt, unterer Durchgang, Double Doors. Okay. Und ich glaube, die Bombe liegt einfach nur da. Keiner hat die Bombe. Na herrlich. Ja, na klar. Mit der... Ja, fickt euch. Okay. Anderer Server hast du gesagt. Ja. Wäre ich dafür. Äh. Ich suche mal einen raus. Mhm. Go, go, go. Causal Hostage Server. Boone Z Server. Ach, ach, der klingt doch mal interessant. Oh, der ist glaube ich auch keiner drauf. Das ist sehr gut. Zum Glück können die uns nicht folgen. Also, die können uns nicht folgen. Ha, ha, ha. Oh. Ha. Die Welt ist blöd gucken, wenn keiner mehr auf der Seite ist. Ha, ha. Räumt, Beschluss ist schon wieder aus. Oh. Naja, aber solange da nicht wieder solche Leute unterwegs sind, dann kriegen wir da schon hin. Ja. Nicht gegen einen Antiterror. Okay. Oh, hier ist ein Schrauber. Cool, der setzt mich immer ab. Tja, also die scheinen doch schon einiges modernisiert zu haben. Ja. Sonst beim Setting auch dann. As-Tech-Setting ist richtig genial. Hm. Mal schauen. Okay, ja, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Das sieht toll aus, das sieht Hammer aus. Oh, da hat diese Beleuchtungseffekte. Da, wie viele Bots sind denn das hier? Ah, vier mindestens. Ja, fünf gegen fünf ist das. Hm. Und die Bots können alle nicht zielen. Ich bin immer irritiert, dass man keinen Kevlar und Helm kaufen muss. Bis zum nächsten Mal. Das ist noch mal gut. ...